Da kam die Meldung, dass auch fucking Mangala Corona positiv ist. So war's von keinen Bock mehr echt. Und damit Mohensen zum Vorbericht. Heute übernimmt mal der Texto-Speech-Dieter meinen Part. Ich schonne mal mich und meinen Husten. Hoffe, dass ich dadurch morgen Abend das Spiel striamen kann. Borussia Mönchengladbach empfängt uns zum Topspiel des Spieltags. Samstag um 18.30 Uhr. Die Gladbacher haben sich enttischend nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Und gleichzeitig könnte das die Chance werden für diese Saison? Eben keine Dreifachbelastung. Auch neu auf der Trejuna-Position aufgestellt. Adi Hütter, der neue Trejuna, hatten den schweren Saisonstart, aber laufen jetzt langsam ordentlich an. Hatten mit Bayern, Leverkusen, Union, Dortmund und Wolfsburg auch in den ersten sieben Spielen viele Top-Klubs der Bulli. Zuletzt beim 1-3-Auswärts-Sieg in Wolfsburg spielten sie in einem 3-4-2-1. Ein schwerer Gegner mit vielen spannenden Spielern wie Ginter, Zakaria, Kone, Scully, Hofmann, Embolo, Plea und Co. Es ist das Duell von Platz 10 gegen Platz 12. Wir könnten die Gladbacher mit einem 3er überholen. Wir stehen bei 8 Punkten. Gladbach bei 10. aktuell 4 Punkte Abstand auf Platz 16 und 17. Gleich viele Punkte Abstand auch auf Platz 7 und 6. Die Gladbacher sind in der Heimtabelle auf dem geteilten siebten Platz. Wir stehen in der Auswärtstabelle auf einem geteilten Platz 13. Für Gladbach folgt Hertha auswärts und dann Heimspiel im Pokal gegen die Bayern. Wir sind heiß auf das Heimspiel gegen Union. Im Pokal auch ein Heimspiel. Und das gegen Köln. Wir sind insgesamt tatsächlich besser als Gladbach in direkten Duellen. Hätte ich auch nicht gedacht. Auch auswärts mit 15 Siegen, 18 Unentschieden und 19 Niederlagen in Gladbach gar nicht mal so schlecht. Letztes Jahr ja im vorletzten Spiel dort sensationell mit 2 zu 1 gewonnen. In den letzten 10 Spielen in Gladbach dreimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Hier wurde mal wieder die PK abgewartet. Wir haben ja wieder einige Corona-Fälle. Anton, Tommy, Brettlo, Massimo und Müller. Und ich war eigentlich durch mit Skripten, da kam die Meldung, dass auch fucking Mangala Corona positiv ist. So war's von keinen Bock mehr echt, haha. Auf der PK war es noch nicht klar. In der Meldung stand dann aber auch, dass Brettlo aus der häuslichen Isolation raus kann durch seinen Test. Bei einem Keper denke ich, dass das auch noch am ehesten vom Trainingsrückstand und so weiter her funktioniert. Sonst hätte der 20-jährige dritte Keper Florian Schock sein Debüt gefeiert. Dieser hat auch Lob von Matarazzo bekommen. Dazu kommt ein Anriss des Innenbands im rechten Knie bei Enzo Milut. Dieser wird jetzt für mehrere Wochen ausfallen. Förster laut PK auch eine Option für den Kader. Das klingt aber nicht unbedingt nach Startelf, sonst hätte er das so auch formuliert. Dies gilt interessanterweise auch für Wahid Fakir. Auch eine Option für den Kader, also vielleicht sein erster Bundesliga-Einsatz am Samstag. Damit spielt wohl Brettlo von Beginn an. Hinten bleiben Kempf und Dinos und Karazor rückt für Anton nach hinten rein. Denn Ito bekommt ja gerade auch keine Spielzeit mehr. Dann bricht Mangala in den Loch rein, das man nur schwer gestopft bekommt. Nach Einwechslung bekommt dann aber vielleicht Janati seinen Startelf-Einsatz neben Endo im Mittelfeld. Links dann Sosa und führe ich rechts. Vorne komme ich dann zu einem Problem. Eigentlich dachte ich da sicher an Förster, aber es hieß jetzt in Anführungszeichen nur Option für den Kader. Koulibaly und Marmusch sind aktuell recht klar. Dann könnte man neben Koulibaly Nendidavi oder Klimovics mal wieder bringen. Also eigentlich will ich Förster bringen, bringe aber Klimovics mal wieder von Beginn an. Und damit haben wir den mal wieder geschwächten Startelf-Deep. Ein sehr schweres Auswärtsspiel in das man wieder mal geschwächt reingeht, wenn auch die Corona-Fälle mehr oder minder zu ersetzen sind. Aber jetzt gerade Mangala tut dann doch nochmal richtig weh. Ohne ihm jetzt seine Wichtigkeit absprechen zu wollen, überhaupt nicht. Aber Anton bekommt man recht ordentlich durch Karasor ersetzt. Die Gladbacher kommen langsam in Fahrt, haben den Kader für einen internationalen Wettbewerb und sind auch Favorit in diesem Spiel. Man kann gemeinsam dagegen halten, hat auch das Tempo und die Kreativität um selbst an Chancen zu kommen. Aber es würde mich wundern, wenn da viel gehen würde. Auch wenn wir natürlich auch mit einem guten Gefühl aus dem Hoffenheim-Sieg kommen. Es ist aber für mich ein Spiel, in dem man nicht was mitnehmen muss, aber was mitnehmen kann. Haben wir ja auch letzte Saison gesehen. Und damit war es das von diesem etwas anderen Vorbericht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.